Hallo, ich bin Bethany und heute zeige ich euch, wie ihr eure Clipboards ganz einfach organisieren könnt. Clipboards zu verschieben ist ganz einfach. Alles, was ihr tun müsst, ist die untere rechte Ecke des Clipboards anklicken, halten und dann das Clipboard dorthin ziehen, wo ihr es haben wollt. Das ist ein einfacher Weg, mit ähnlichen Clipboards zusammen anzuordnen. Clipics hat außerdem eine einzigartige Funktion, die sich Multiboard nennt, mit der Organisieren noch einfacher ist. Ein Multiboard ist ein großes Board, das viele zusammengehörende Boards enthält. Um ein Multiboard zu erstellen, klickt die untere linke Ecke eines Boards an, halten und zieht dieses auf ein anderes. Jetzt habt ihr ein Multiboard. In diesem Beispiel nenne ich mein Multiboard Orte, die ich gerne sehen würde. Speichern und da ist es auch schon, ein Multiboard. So einfach ist es.